25. Zum Syravschen Kreis führte weder eine Eisenbahn noch eine Postverbindung, so reiste Lewin im Tarantas mit eigenem Gespann. Auf halbem Weg machte er Halt, um bei einem reichen Bauern die Pferde zu füttern. Der glatzköpfige, rüstige Alte mit breitem rotem Bart, grau an den Wangen, sperrte das Tor auf und drückte sich an den Pfosten, um die Troika durchzulassen. Dem Kutscher wies der Alte auf dem großen, sauberen und aufgeräumten neuen Hof mit den angekohlten Hakenpflügen einen Platz unterm Vordach an, und Lewin bat er in die gute Stube. Eine sauber gekleidete junge Frau, Galoschen an den bloßen Füßen, wischte vorgebeugt den Boden in der neuen Diele. Sie erschrak über den Hund, der hinter Lewin hereinlief, und schrie auf, musste aber gleich selber über ihren Schreck lachen, als sie hörte, der Hund mache nichts. Ihr freigekrempelter Arm wies Lewin auf die Tür zur Stube, dann beugte sie sich wieder vor, verbarg so ihr schönes Gesicht und putzte weiter. »Den Sammer war, oder?« fragte sie. »Ja, bitte.« Die Stube war groß, mit Kachelofen und Trennwand. Unter den heiligen Bildern stand ein verzierter Tisch, eine Bank und zwei Stühle. Beim Eingang befand sich ein Geschirrschränkchen. Die Fensterläden waren geschlossen, Fliegen gab es kaum, und so sauber war es, dass Lewin befürchtete, Laska, die unterwegs gerannt war und in Pfützen gebadet hatte, könnte den Boden beflecken, und er wies ihr in der Ecke bei der Tür einen Platz an. Nach Musterung der Stube trat Lewin hinaus auf den Hinterhof. Die ansehnliche junge Frau in Galoschen lief, zwei schaukelnde Wassereimer am Schulterjoch vor ihm her, um Wasser zu holen vom Brunnen. »Mach mir voran«, rief der Alte ihr fröhlich zu und trat zu Lewin. »So gnädiger Herr, Sie fahren zu Nikolai Ivanovich Swiaschski. Er schaut doch oft bei uns herein«, hup er riet selig an, aufs Treppengeländer gestützt. Mitten in des alten Erzählungen über seine Bekanntschaft mit Swiaschski quietschte erneut das Tor, und auf den Hof kamen Landarbeiter mit Pflügen und Ecken vom Feld. Die an die Pflüge und Ecken gespannten Pferde waren wohlgenährt und groß. Die Arbeiter, zwei Junge mit Cartoonhemden und Schirmmützen, gehörten offenbar zur Familie, die anderen beiden, in Hemden aus Hanf, der eine alt, der andere ein junger Bursche, waren gedungen. Der Bauer ging von der Treppe zu den Pferden und begann, sie auszuspannen. »Was haben Sie gepflügt?«, fragte Lewin. »Die Kartoffeln haben Sie aufgepflügt. Wir halten uns auch ein bisschen Ackerland. »Ferdot! Nimm nicht den Waller, stell ihn an den Trog. Wir spannen ein anderes ein. Was ist, Väterchen, ich brauch doch die Pflugschalen. Hast du sie gebracht?«, fragte der große, kräftige Kerl offenbar der Sohn des Alten. »Dort, auf dem Schlitten.« Der Alte wickelte die rundherum abgenommenen Lenkseile auf und warf sie zu Boden. »Setzt sie ein, während gegessen wird.« Die ansehnliche junge Frau ging mit den vollen, ihre Schultern niederdrückenden Wassereimern zur Diele. Irgendwoher tauchten noch mehr Weiber auf, junge und schöne, mittelalte und alte, unschöne, mit und ohne Kinder. In der Röhre des Sammavars summte es. Arbeiter und Familienangehörige hatten die Pferde versorgt und gingen zum Essen. Lewin holte seinen Proviant aus dem Wagen und lud den Alten zum Tee ein. »Haben wir ja heut schon getrunken«, sagte der Alte und nahm die Einladung ansichtlich mit Vergnügen. »Höchstens zur Gesellschaft.« Beim Tee erfuhr Lewin die ganze Geschichte dieses Bauernhofs. Der Alte hatte vor zehn Jahren von einer Gutsbesitzerin 120 des Jatinen gepachtet. Im letzten Jahr hatte er sie gekauft und von einem benachbarten Gutsbesitzer noch 300 dazu gepachtet. Einen kleinen Teil des Ackerlands, den schlechteren, verpachtete er weiter. Um die vierzig des Jatinen beackerte er selbst mit seiner Familie und zwei gedungenen Taglöhnern. Der Alte klagte, es stehe schlecht. Aber Lewin merkte, dass er nur anstandshalber klagte, dass seine Wirtschaft vielmehr gedieh. Wäre es schlecht gestanden, hätte er nicht zu je 105 Rubel das Land gekauft, nicht drei Söhne und einen Neffen verheiratet, nicht zweimal nach Bränden neu gebaut und das besser und besser. Trotz der Klagen des Alten war zu sehen, dass er zu Recht stolz war auf seinen Wohlstand, stolz auf seine Söhne, den Neffen, die Schwiegertöchter, die Pferde, Kühe und besonders darauf, dass die ganze Wirtschaft sich hielt. Aus dem Gespräch mit dem Alten erfuhr Lewin, dass er keineswegs gegen Neuerungen war. Er baute viel Kartoffeln an. Und seine Kartoffeln, die Lewin beim Herfahren gesehen hatte, waren schon abgeblüht und hatten Fruchtknoten angesetzt, während sie bei Lewin erst zu blühen begannen. Er pflügte zwischen den Kartoffeln mit einem Pflug, den er vom Gutsherren lieh. Er säte Weizen. Ein kleines Detail, nämlich, dass der Alte beim Ausdünnen des Roggens den ausgedünnten Roggen den Pferden verfütterte, verblüffte Lewin besonders. Wie oft hatte Lewin, wenn er dieses prächtige, unnützverkommende Futter sah, es einsammeln lassen wollen. Aber immer erwies sich das als unmöglich. Bei dem Bauern wurde das gemacht. Und er konnte dieses Futter nicht genug rühmen. Was haben die Weiber schon zu tun? Sie tragen sie ein Häufchen zum Weg, dann fährt der Karren vorbei. Bei uns, den Gutsherren, läuft mit den Taglöhnern alles schlecht, sagte Lewin und reichte ihm noch ein Glas Tee. Man dankt, antwortete der Alte, nahm das Glas, lehnte den Zucker jedoch ab und deutete auf sein übrig gebliebenes, angebissenes Stückchen. Wo lässt es sich schon mit Taglöhnern wirtschaften, sagte er. Das reinste Elend. Zum Beispiel Swijaschki. Unser Einer weiß doch, was für ein Boden das ist. Krümelig. Trotzdem, der Herr kann mit seinen Ernten nicht arg groß tun. Die Aufsicht fehlt. Aber du wirtschaftest doch mit Taglöhnern. Alles Bauernarbeit. Können wir alles selber. Taugt einer nichts fort mit ihm. Wir kommen auch mit unseren Leuten zurecht. Das Weib in Galoschen kam herein. Väterchen, ich soll für Phenergien Teer holen. So ist das, gnädige Herr, sagte der Alte, stand auf, bekreuzigte sich ausgiebig, dankte Lewin und ging hinaus. Als Lewin in die Küchenhütte trat, um seinen Kutscher zu holen, saß dort die gesamte männliche Familie bei Tisch. Die Frauen saßen nicht, sie bedienten. Der junge, kräftige Sohn, den Mund voller Grütze, erzählte etwas Komisches, und alle lachten laut, besonders fröhlich das Weib in Galoschen, das gerade Kohlsuppe nachfüllte. Mag schon sein, dass das ansehnliche Gesicht des Weibs in Galoschen viel zu dem Eindruck von Wohlstand beitrug, den dieser Bauernhof auf Lewin machte, aber der Eindruck war so stark, dass Lewin nicht davon loskommen konnte. Und auf dem ganzen Weg vom Alten zu Swiaschski fiel ihm immer wieder diese Bauernwirtschaft ein, als ob an diesem Eindruck etwas wäre, das seine besondere Beachtung verlangte. 26 Swiaschski war in seinem Landkreis Adelsmarschall. Er war fünf Jahre älter als Lewin und längst verheiratet. In seinem Haus lebte seine Schwägerin, ein junges Mädchen, das Lewin sehr sympathisch war. Und Lewin wusste, dass Swiaschski und seine Frau dieses Mädchen zu gern mit ihm verheiraten würden. Er wusste, dass so sicher wie junge Männer sogenannte Freier das immer wissen, auch wenn er das nie irgendwem hätte sagen können. Und wiewohl er heiraten wollte und wiewohl dieses durchaus anziehende Mädchen allem Anschein nach eine prächtige Ehefrau abgeben würde, wusste er außerdem, dass er sie ebenso wenig heiraten könnte wie zum Himmel hochfliegen, selbst wenn er nicht in Kitty Scherbatskaya verliebt wäre. Und dieses Wissen vergelte ihm das Vergnügen, dass er sich von der Reise zu Swiaschski erhoffte. Als er Swiaschskis Brief mit der Einladung zur Jagd erhielt, war ihm dieser Gedanke sofort gekommen. Doch er entschied derartige Absichten Swiaschskis, seien lediglich seine eigene unbegründete Vermutung. Darum würde er trotzdem fahren. In tiefster Seele wollte er zudem sich prüfen, ob er nicht doch zu dem Mädchen passte. Swiaschskis häusliches Leben war in höchstem Maße angekommen. Und Swiaschski selbst, der beste Typus eines landständischen Politikers, den Lewin kannte, war für ihn jedes Mal außerordentlich interessant. Swiaschski war einer der für Lewin stets erstaunlichen Menschen, deren Denken zwar sehr folgerichtig, aber niemals selbstständig in eigenen Bahnen verlief, während ihr Leben außerordentlich bestimmt und unbeirrbar zielgerichtet in anderen Bahnen verlief. Vollkommen unabhängig von ihrem Denken und meist in Widerspruch dazu. Swiaschski war ein außerordentlich liberaler Mann. Er verachtete den Adel und hielt die meisten Adeligen für heimliche Befürworter der Leibeigenschaft, die sich nur aus Furchtsamkeit nicht offen erklärten. Russland hielt dafür verloren. Für ein Land wie die Türkei. Und Russlands Regierung für so schlecht, dass er sich nicht einmal ernsthafte Kritik an der Politik dieser Regierung gestattete. Zugleich hatte er ein Amt und war ein mustergültiger Adelsmarschall. Und auf Reisen trug er immer die Mütze mit der Kokarde und roten Paspelierung. Er war der Ansicht, ein menschenwürdiges Leben sei nur im Ausland möglich. Wohin er auch reiste bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Doch zugleich leitete er in Russland eine sehr komplizierte und hochentwickelte Gutswirtschaft, verfolgte alles mit außerordentlichem Interesse und wusste alles, was sich in Russland tat. Den russischen Bauern sah er in seiner Entwicklung auf einer Übergangsstufe zwischen Affe und Mensch stehen. Zugleich drückte er bei den Semstverwahlen bereitwilliger als alle anderen den Bauern die Hand und hörte sich ihre Meinungen an. Er glaubte weder an Tod noch bösen Blick, kümmerte sich aber sehr darum, die Lebensbedingungen der Geistlichkeit zu verbessern und die Pfarreien zu verkleinern. Und besonders eingesetzt hatte er sich dafür, dass in seinem Dorf die Kirche erhalten blieb. In der Frauenfrage war er auf der Seite derer, die radikal die völlige Freiheit der Frauen verfochten, insbesondere ihr Recht auf Arbeit, lebte aber derart mit seiner Frau, dass jeder Mann von ihrem einträchtigen, kinderlosen Familienleben entzückt war und hatte seiner Frau das Leben derart eingerichtet, dass sie nichts tat und nichts tun konnte, außer sich ihrem Mann und dem besten und vergnüglichsten Zeitvertreib zu widmen. Wenn Lewin nicht die Eigenheit gehabt hätte, sich die Menschen von ihrer besten Seite zu erklären, hätte Swiaskis Charakter ihn vor keine Schwierigkeit oder Frage gestellt. Er hätte sich gesagt, ein Narr oder ein Nichtsnutz. Und alles wäre klar gewesen. Aber Narr konnte er nicht sagen. Denn Swiaskis war ohne Zweifel ein nicht nur sehr gescheiter, sondern auch sehr gebildeter Mann, der von seiner Bildung äußerst wenig Aufhebens machte. Es gab nichts, wovon er nichts gewusst hätte. Aber er zeigte sein Wissen nur, wenn er dazu gezwungen war. Noch weniger konnte Lewin sagen, er sei ein Nichtsnutz, denn Swiaskis war ohne Zweifel ein ehrlicher, guter, gescheiter Mann, der heiter, lebhaft und ohne Unterlass Dinge tat, die von seiner gesamten Umgebung hoch geschätzt wurden. Und ganz sicher hatte er niemals bewusst etwas Schlechtes getan oder hätte es je tun können. Lewin suchte ihn zu begreifen und begriff ihn nicht. Und schaute auf ihn und sein Leben jedes Mal wie auf ein lebendes Rätselbild. Sie waren befreundet, Lewin und er. Darum erlaubte sich Lewin, Swiaskis auszuforschen, seiner Lebensauffassung bis auf den Grund zu gehen. Aber es war immer vergebens. Jedes Mal, wenn Lewin versuchte, weiter vorzudringen, als zu den Empfangsräumen von Swiaskis Geist, deren Türen allen offen standen, bemerkte er, dass Swiaskis leicht verlegen wurde. Kaum merklicher Schrecken lag in seinem Blick, wie wenn er befürchtete, Lewin würde ihn durchschauen. Und er leistete gutmütig und heiter Gegenwehr. Jetzt, nach seiner Enttäuschung in der Gutswirtschaft, war es Lewin besonders angenehm, bei Swiaskis zu Besuch zu sein. Abgesehen davon, dass der Anblick dieser glücklichen, mit sich und der Welt zufriedenen Turteltauben und ihres wohleingerichteten Nests ihn einfach aufheiterte, wollte er nun da mit seinem Leben so unzufrieden war, zu jenem Geheimnis vordringen, dass Swiaskis so viel Klarheit, Bestimmtheit und Heiterkeit im Leben verlieh. Außerdem wusste Lewin, dass er bei Swiaskis Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft antreffen würde. Und für ihn war es nun besonders interessant, über die Wirtschaft zu reden und jenen Gesprächen über die Ernte, das Dingen von Taglöhnern und so weiter zu lauschen, die, das wusste Lewin, gemeinhin als etwas sehr Niedriges galten, die Lewin jetzt aber als die einzig Wichtigen erschienen. Das war vielleicht zur Zeit der Leibeigenschaft nicht wichtig oder ist in England nicht wichtig. In beiden Fällen sind die Bedingungen klar, bei uns aber, da nun alles umgewälzt ist und sich erst wieder neu gestaltet, ist die Frage, wie diese Bedingungen sich gestalten werden, die einzig wichtige in Russland, dachte Lewin. Die Jagd war schlechter, als Lewin erwartet hatte. Der Sumpf war ausgetrocknet und Schnäpfen gab es überhaupt keine. Er zog den ganzen Tag umher und brachte nur drei Stück mit, brachte aber wie immer von der Jagd einen ausgezeichneten Appetit mit, eine ausgezeichnete Stimmung und jene hellwache Geistesverfassung, mit der starke körperliche Bewegung bei ihm stets einherging. Und auf der Jagd, während er eigentlich an gar nichts dachte, fiel ihm immer mal wieder der Alte mit seiner Familie ein. Und dieser Eindruck schien nicht nur Beachtung zu verlangen, sondern auch die Lösung von etwas, das damit zusammenhing. Abends beim Tee entspannen sich in Gegenwart zweier Gutsbesitzer, die wegen irgendwelcher Vormundschaftsangelegenheiten gekommen waren, jenes interessante Gespräch, auf das Lewin gehofft hatte. Lewin saß neben der Gastgeberin am Teetisch und musste mit ihr und der Schwägerin, die ihm gegenüber saß, Konversation machen. Die Gastgeberin war eine rundgesichtige, weißblonde und mittelgroße Frau, sprühend vor Grübchen und Lächeln. Lewin suchte über sie jenes wichtige Rätsel herauszubekommen, das ihr Mann für ihn darstellte. Aber er verfügte nicht ganz über die Freiheit des Denkens, da er sich qualvoll befangen fühlte. Qualvoll befangen fühlte er sich, denn ihm gegenüber saß die Schwägerin. In einem besonderen, wie ihm vorkam, für ihn angelegten Kleid. Mit einem besonderen, trapezförmigen Ausschnitt auf dem weißen Busen. Trotzdem, dass der Busen sehr weiß war oder insbesondere, weil er sehr weiß war, nahm dieser viereckige Ausschnitt ihm die Freiheit des Denkens. Er bildete sich ein, gewiß irrtümlicherweise, dieser Ausschnitt sei speziell seinetwegen gefertigt worden und hielt sich nicht für berechtigt, darauf zu schauen und bemühte sich nicht, darauf zu schauen, aber er hatte das Gefühl, schon deshalb schuldig zu sein, weil der Ausschnitt gefertigt worden war. Lewin kam es vor, als würde er jemanden täuschen, als müsste er etwas erklären, was sich aber gar nicht erklären ließ, und darum wurde er unablässig rot, war unruhig und befangen. Seine Befangenheit übertrug sich auf die hübsche Schwägerin, aber die Gastgeberin schien das nicht zu bemerken und zog sie absichtlich ins Gespräch. Sie sagen, führte die Gastgeberin das begonnene Gespräch fort, meinen Mann könne alles Russische nicht interessieren. Im Gegenteil, er ist im Ausland heiter, aber nie so wie hier. Hier fühlt er sich in seinem Element. Er hat so viel zu tun und er hat die Gabe, sich für alles zu interessieren. Oh, Sie waren nicht in unserer Schule? Ich habe sie gesehen. Das Häuschen, das mit Eva überwachsen ist. Ja, das ist Nastjas Werk, sagte sie und wies auf ihre Schwester. Unterrichten Sie selbst, fragte Lewin und suchte an dem Ausschnitt vorbeizuschauen, doch er merkte, wohin er auch schaute, in jener Richtung er würde immer den Ausschnitt sehen. Ja, ich habe selbst unterrichtet und unterrichte noch, aber wir haben eine prächtige Lehrerin. Turnen haben wir auch eingeführt. Nein, danke, möchte keinen Tee mehr, sagte Lewin und obwohl er merkte, dass er sich unhöflich verhielt, war er außerstande, dieses Gespräch fortzusetzen und stand errötend auf. Ich höre dort ein sehr interessantes Gespräch, fügte er hinzu und ging zum anderen Tischende, wo der Hausherr mit den beiden Gutsbesitzern saß. Swiaschski saß schräg zum Tisch, drehte, den Arm aufgestützt, mit der einen Hand die Tasse, mit der anderen hielt er den Bart in der Faust gepackt und führte ihn mal zur Nase, mal ließ er ihn wieder los, als ob er daran schnupperte. Seine funkelnden schwarzen Augen schauten unverwandt auf den aufgebrachten Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart und offenbar fand er, was dieser sagte, amüsant. Der Gutsbesitzer klagte über das Volk. Lewin sah, dass Swiaschski auf die Klagen des Gutsbesitzers eine Antwort wusste, die das Gesagte in Grund und Boden verdammen würde. Doch aufgrund seiner Stellung konnte er diese Antwort nicht geben und lauschte nicht ohne Vergnügen, was der Gutsbesitzer Komisches sagte. Der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart war offenbar ein eingefleischter Verfechter der Leibeigenschaft, ein langjähriger Landbewohner und passionierter Landwirt. Anzeichen dafür fand Lewin auch an seiner Kleidung, dem altmodischen, abgewetzten Überrock, den zu tragen, dem Gutsbesitzer sichtlich ungewohnt war. An seinen klugen, mürrischen Augen seiner wohlgesetzten Rede, an dem offenbar durch lange Übung angenommenen Befehlstonfall und an den entschiedenen Bewegungen der großen, schönen, sonnengebräunten Hände mit einem einzigen alten Ehering am Ringfinger. 27 Wenn es einem bloß nicht so dauern würde, aufzugeben, was geschaffen ist. So viel Arbeit steckt darin. Ich würde alles hinschmeißen, würde verkaufen, verreisen wie Nikolai Iwanic. Mir die schöne Helena anhören, sagte der Gutsbesitzer, und ein angenehmes Lächeln erhellte sein kluges, altes Gesicht. Aber sie geben ja nicht auf, sagte Nikolai Iwanowitsch, Zwiearski. Folglich ist da ein Nutzen. Der einzige Nutzen ist, dass ich in meinem Haus wohne, das nicht gekauft ist, nicht gemietet. Auch hofft man immer noch, das Volk würde Vernunft entnehmen. Dabei, sie können mir glauben, nur Trunksucht, nur Liederlichkeit. Alles haben sie umverteilt, kein Pferd mehr, keine Kuh. Krepieren vor Hunger, aber dingen sie einen als Taglöhner, er ist da nur erpicht, viel kaputt zu machen und zieht dann noch vor den Friedensrichter. Dafür erheben auch sie beim Friedensrichter Klage, sagte Zwiearski. Ich, Klage, um nichts auf der Welt. Da geht ein Gerede los, dass man seiner Klage nicht froh wird. Neulich, in der Fabrik, nehmen die ihr Handgeld und verschwinden. Und der Friedensrichter, gibt ihnen Recht. Nur das Bezirksgericht hält alles zusammen und der Bezirksvorsteher, der verprügelt sie nach altem Brauch. Wäre das nicht, könnte man alles stehen und liegen lassen und davonlaufen bis ans Ende der Welt. Der Gutsbesitzer suchte Zwiearski offenbar aus der Reserve zu locken, doch Zwiearski ärgerte sich gar nicht, sondern amüsierte sich anscheinend. Aber wir führen doch unsere Wirtschaft ohne diese Maßnahmen, sagte er lächelnd. Ich, Lewin. Er auch. Er deutete auf den anderen Gutsbesitzer. Ja, bei Michael Petrovic läuft es, aber fragen Sie mal, wie? Ist das vielleicht rationell gewirtschaftet? Der Gutsbesitzer war offenbar stolz auf das Wort rationell. Meine Wirtschaft ist schlicht, sagte Michael Petrovic. Gott sei Dank. Meine Wirtschaft läuft, wenn ich Geld parat habe zur Zeit der Abgaben im Herbst. Da kommen die Bauern gerannt, Väterchen hilf aus der Klemme. Nun, alles Nachbarn, die Bauern, dauern einen. Nun gibt man ihnen Geld fürs erste Jahresdrittel, sagt aber, denkt dran, Leute, ich hab euch geholfen, helft auch mir, wenn Not am Mann ist, beim Hafer aussäen, bei der Heumat, bei der Ernte. Nun, da macht man ab, wie viel je Bauernhof. Gewissenlose gibt es auch darunter, das stimmt. Lewin wusste längst um diese patriarchalischen Vorgehensweisen. Er wechselte einen Blick mit Zwiaszki und unterbrach Michael Petrovic, wandte sich erneut an den Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart. Was meinen Sie denn, fragte er, wie sollte man heute einen Gutsbetrieb führen? Tja, so wie Michael Petrovic es macht. Oder die Erträge halb part oder an die Bauern verpachten. Das ist möglich, bloß geht davon das Volksvermögen zugrunde. Wo der Boden mir bei der Leibeigenschaft und bei gutem Wirtschaften das Neunfache der Aussaat abwarf, wirft er bei halb part nur das Dreifache ab. Die Emanzipation hat Russland ruiniert. Zwiaszki blickte mit lächelnden Augen zu Lewin und gab ihm sogar ein kaum merkliches spöttisches Zeichen. Aber Lewin fand die Worte des Gutsbesitzers nicht komisch. Er verstand sie besser, als er Zwiaszki verstand. Vieles von dem, was der Gutsbesitzer noch vorbrachte als Beweis, warum Russland ruiniert worden sei durch die Emanzipation, erschien ihm sogar sehr treffend, für ihn neu und unwiderlegbar. Der Gutsbesitzer äußerte offenbar seine eigenen Gedanken, was so selten vorkommt. Gedanken, zu denen ihn nicht der Wunsch gebracht hatte, den müßigen Geist irgendwie zu beschäftigen, sondern Gedanken, die aus seinen Lebensbedingungen hervorgewachsen waren, die er in seiner ländlichen Einsamkeit ausgebrütet und von allen Seiten durchdacht hatte. Es geht darum, wenn sie das zu sehen belieben, dass jeglicher Fortschritt immer nur von oben durchgesetzt wird. Offenbar wollte er zeigen, dass ihm Bildung nicht fremd war. Nehmen Sie die Reformen Peters, Katharinas oder Alexanders. Nehmen Sie die europäische Geschichte. Ganz besonders den Fortschritt in der Landwirtschaft. Sogar die Kartoffel, auch die wurde bei uns gewaltsam eingeführt. Und mit dem Hakenpflug ist ja auch nicht immer gepflügt worden. Der wurde ebenfalls eingeführt. Mag sein erst auf den Krongütern, aber sicher auch gewaltsam. In unserer Zeit haben wir die Gutsbesitzer während der Leibeigenschaft unsere Güter fortentwickelt. Darin Korn schwingen, das Mist ausbringen, sämtliche Geräte, alles haben wir dank unserer Macht eingeführt. Und die Bauern haben sich erst widersetzt, dann uns nachgeahmt. Jetzt mit Verlaub, bei der Aufhebung der Leibeigenschaft wurde uns die Macht genommen und wo unser Wirtschaften ein hohes Niveau erreicht hatte, wird es wohl auf einen völlig unzivilisierten primitiven Stand sinken. So sehe ich es. Aber warum? Ist es rationell, können Sie ja mit gedungenen Kräften wirtschaften, sagte Swiarski. Ich habe doch keine Macht. Mit wem denn, wenn ich fragen darf? Da hätten wir es. Die Arbeitskraft als Hauptelement des Wirtschaftens, dachte Lewin. Mit Arbeitern? Arbeiter wollen nicht gut arbeiten und nicht mit gutem Gerät arbeiten. Unser Arbeiter kennt nur eines, nämlich sich betrinken wie ein Schwein. Und betrunken verdirbt er alles, was sie ihm geben. Die Pferde übertränkt er, gutes Pferdegeschirr zerreißt er, ein beschiedenes Rad tauscht dagegen ein einfaches aus, um es zu vertrinken, und in die Dreschmaschine wirft er einen Bolzen, um sie kaputt zu machen. Was er nicht gewohnt ist, widert ihn an. Deshalb ist auch das Niveau des Wirtschaftens gesunken. Äcker sind verwahrlost, von Wehrmut überwuchert oder wurden an die Bauern verteilt, und wo eine Million Chetwertkorn produziert wurde, werden jetzt ein paar Hunderttausend produziert. Das gesamte Volksvermögen ist zurückgegangen. Wenn sie das Gleiche gemacht hätten, aber mit Bedacht. Und er entwickelte seinen Plan zur Bauernbefreiung, bei dem diese Misslichkeiten ausgeblieben wären. Das interessierte Lewin nicht, und als er geendet hatte, kehrte Lewin zu seiner ersten Behauptung zurück und sagte, zu Swiaschski gewandt, um diesen zu bewegen, ernsthaft seine Meinung zu äußern, dass das Niveau des Wirtschaftens sinkt und es bei unserem Verhältnis zu den Arbeitern unmöglich ist, rationell und einträglich zu wirtschaften, ist völlig gerechtfertigt. Ich finde das nicht, entgegnete Swiaschski nun ernst. Ich sehe lediglich, dass wir nicht zu Wirtschaften verstehen und dass unser Wirtschaften zur Zeit der Leibeigenschaft nicht zu hoch stand, sondern im Gegenteil viel zu niedrig. Wir haben weder Maschinen noch gute Arbeitstiere noch eine richtige Verwaltung. Und zu rechnen verstehen wir auch nicht. Fragen Sie doch einen Landwirt, er weiß nicht, was für ihn einträglich ist und was nicht. Italienische Buchführung, sagte der Gutsbesitzer ironisch. Egal wie man rechnet, durchweg alles wird verdorben, da kommt kein Profit raus. Wieso denn verdorben? Die lumpige Dreschmaschine, euer russisches Stampfding mit Pferd wird kaputt gemacht, meine Dampfmaschine aber nicht. Das einheimische Ross, wie heißt es, die Zierasse, die man am Schwanz ziehen muss, das wird Ihnen verdorben. Legen Sie sich aber Percheron oder zumindest Bitjoki zu, werden die nicht verdorben. Und so in allem. Wir müssen die Landwirtschaft auf ein höheres Niveau heben. Ja womit denn, Nikolaj Iwanic? Sie haben gut Reden, ich aber darf einen Sohn auf der Universität unterhalten, die Kleineren im Gymnasium ausbilden. Ich kann mir keine Percheron leisten. Dazu gibt es Banken. Damit auch noch das Letzte unter den Hammer kommt. Nein, danke. Ich bin nicht der Meinung, dass man das Niveau der Landwirtschaft heben müsse oder könne, sagte Lewin. Ich befasse mich damit, habe auch Mittel, konnte aber nichts ausrichten. Wem die Banken nützen, weiß ich nicht. Bei mir jedenfalls, egal wofür ich Geld aufgewandt habe, im Betrieb alles brachte Verlust, das Vieh, nur Verlust, die Maschinen, nur Verlust. Ja, das stimmt, pflichtete der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart bei, er lachte sogar vor Vergnügen. Und ich bin nicht allein, fuhr Lewin fort. Ich verweise auf alle Landwirte, die rationell wirtschaften, alle mit wenigen Ausnahmen wirtschaften mit Verlust. Sagen Sie doch, Ihr Betrieb, ist er einträglich, fragte Lewin und bemerkte sofort in Zwiaskis Blick jenen flüchtigen Schrecken, den er jedes Mal bemerkte, wenn er in Zwiaskis Geist weiter als bis zu den Empfangsräumen vordringen wollte. Im Übrigen war diese Frage von Lewins Seite nicht ganz redlich. Die Gastgeberin hatte ihm soeben beim Tee erzählt, diesen Sommer hätten sie aus Moskau einen Deutschen geholt, einen Buchhaltungsfachmann, und der habe für 500 Rubel Vergütung ihren Gutsbetrieb durchkalkuliert und herausgefunden, dass er 3000 und so und so viel Rubel Verlust einbringe. Sie wusste nicht mehr genau, wie viel, aber der Deutsche schien alles bis auf die Viertelkopeke genau berechnet zu haben. Der Gutsbesitzer lächelte, als die Einträglichkeit von Zwiaskis Betrieb erwähnt wurde. Er wusste offenbar, wie es bei seinem Nachbarn und Adelsmarschall um den Profit stand. »Vielleicht nicht einträglich«, erwiderte Zwiasky, »das beweist jedoch nur, dass ich entweder schlecht wirtschafte oder dass ich Kapital einsetze zur Erhöhung der Bodenrente.« »Oh, die Rente«, rief Levin entsetzt, »vielleicht gibt es ja eine Rente in Europa, wo der Boden durch die hineingesteckte Arbeit besser wird, aber bei uns wird der Boden durch die hineingesteckte Arbeit schlechter. Das heißt, er wird ausgemärgelt, folglich gibt es auch keine Rente.« »Wieso keine Rente? Das ist ein Gesetz.« »Dann sind wir außerhalb des Gesetzes. Die Rente erklärt bei uns nichts. Im Gegenteil, sie verwirrt nur. Doch sagen sie, wie kann die Lehre von der Rente? Möchten sie Dickmilch? Mascha, lass uns Dickmilch oder Himbeeren bringen«, wandte sich Zwiasky an seine Frau. »Dieses Jahr halten sich die Himbeeren wunderbar lange.« Und in allerbester Gemütsverfassung stand Zwiasky auf und ging. Anscheinend hielt er das Gespräch für beendet an der Stelle, wo es für Levin erst anzufangen schien. Somit ohne Gesprächspartner setzte Levin die Unterhaltung mit dem Gutsbesitzer fort und suchte ihm zu beweisen, alle Schwierigkeit komme daher, dass wir die Eigenheiten und Gewohnheiten unserer Landarbeiter nicht kennen wollten. Aber der Gutsbesitzer war wie alle Menschen, die in Eigenständigkeit und Abgeschiedenheit denken, harthörig gegenüber Fremdem denken und völlig eingeschworen auf sein eigenes. Er behärte darauf, der russische Bauer sei ein Schwein und führe mit Vorliebe ein Schweineleben. Und um ihn abzubringen von diesem Schweineleben, brauche es Macht. Und die sei nicht da. Brauche es den Stock. Und wir seien so liberal geworden, dass wir den tausendjährigen Stock auf einmal durch Advokaten und Einsperren ersetzt hätten, wobei die untauglichen stinkenden Bauern mit guter Suppe gefüttert würden und sogar berechnet werde, wie viel Kubikfuß Luft sie brauchten. Lewin suchte zum Problem zurückzukehren. Weshalb meinen Sie, sagte er, es ließe sich keine Beziehung zur Arbeitskraft finden, bei der die Arbeit produktiv wäre? Ohne Stock kommt es beim russischen Volk nie so weit. Die Macht ist nicht da, entgegnete der Gutsbesitzer. Was könnten schon für neue Bedingungen gefunden werden, sagte Swiarski, der dickmilch gegessen, sich eine Papyrossa angesteckt hatte und nun wieder zu den Diskutanten trat. Alle möglichen Beziehungen zur Arbeitskraft sind definiert und erforscht, sagte er. Das Überbleibsel aus barbarischer Zeit, die urtümliche Bauerngemeinde mit wechselseitiger Verantwortlichkeit zerfällt von allein. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben, es bleibt die freie Arbeit, ihre Formen sind definiert und liegen bereit, man muss sie nur nutzen. Knecht, Taglöhner, eigenständiger Bauer, darüber kommen sie nicht hinaus. Aber Europa ist unzufrieden mit diesen Formen, unzufrieden und sucht neue und findet sie wahrscheinlich auch. Von nichts anderem spreche ich, warf Lewin ein. Warum sollten wir nicht unsererseits suchen? Weil es das Gleiche wäre, als wollte man die Verfahren zum Bau von Eisenbahnen von Neuem ersinnen. Sie liegen bereit, sind ersonnen. Aber wenn sie uns nicht entsprechen, wenn sie dumm sind, fragte Lewin. Wieder bemerkte er den Schrecken in Svejaskis Augen. Ja, ja, das schaffen wir doch mit Links. Wir finden, was Europa sucht. Kenne ich alles, aber entschuldigen Sie, kennen Sie denn alles, was in Europa zur Eingliederung von Arbeitskräften gemacht wurde? Nein, kaum. Das beschäftigt derzeit die besten Köpfe Europas. Die Richtung von Schulze-Delitzsch, dann die umfangreiche Literatur zur Arbeiterfrage aus der liberalsten Richtung, der von Lassalle. Die Mühlhausener Einrichtung, das ist bereits eine Tatsache. Das kennen Sie sicher. Ich habe eine Vorstellung, dass er verschwommen. Das sagen Sie nur. Bestimmt kennen Sie das nicht schlechter als ich. Versteht sich, ich bin kein Sozialprofessor. Aber mich hat das interessiert. Und wirklich, wenn es Sie interessiert, befassen Sie sich damit. Aber zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Pardon. Die Gutsbesitzer waren aufgestanden und Svejasky ging seine Gäste begleiten, womit er wieder Lewins unangenehme Gewohnheit unterband, auszuspähen, was hinter den Empfangsräumen von Svejaskys Geist lag. 28. Lewin war es an diesem Abend mit den Damen unerträglich langweilig. Wie nie zuvor trieb ihn der Gedanke um, dass das Unbehagen am Wirtschaften, das er derzeit empfand, nicht ausschließlich ihn betraf, sondern allgemein im Stand der Dinge in Russland begründet lag. Und dass eine Beziehung zu den Arbeitern, bei der sie arbeiten würden, wie bei dem Bauern auf halbem Weg, kein Wunschtraum war, sondern eine Aufgabe, die dringend zu lösen wäre. Und ihm schien, dass man diese Aufgabe lösen könnte und versuchen sollte, es zu tun. Nachdem er sich von den Damen verabschiedet und versprochen hatte, morgen noch den ganzen Tag zu bleiben, um auf einem gemeinsamen Ausritt eine interessante Verwerfung im Staatsforst zu besichtigen, trat Lewin vor dem Zu-Bett-Gehen noch ins Arbeitszimmer des Hausherrn, um sich die Bücher zur Arbeiterfrage zu leihen, die Svejasky ihm angeboten hatte. Svejaskys Arbeitszimmer war ein riesiger Raum, möbliert mit Bücherschränken und einem massiven Schreibtisch, der in der Zimmermitte stand, außerdem einem runden Tisch, auf dem sternenförmig um die Lampe in verschiedenen Sprachen die letzten Nummern von Zeitungen und Zeitschriften lagen. Beim Schreibtisch befand sich ein Aktenständer, dessen Fächer mit goldenen Etiketten für verschiedene Aufgaben eingeteilt waren. Svejasky suchte die Bücher heraus und setzte sich in den Schaukelstuhl. »Was sehen Sie sich an?« fragte er Lewin, der am runden Tisch stehen geblieben war und Zeitschriften durchblätterte. »Oh ja, darin ist ein sehr interessanter Artikel,« sagte Svejasky über die Zeitschrift, die Lewin in der Hand hielt. »Wie sich nun zeigt,« fügte er mit lebhafter Heiterkeit hinzu, »war überhaupt nicht Friedrich der Hauptschuldige an der Teilung Polens. Wie sich nun zeigt?« Und mit der ihm eigenen Klarheit, berichtete er kurz über diese neuen, sehr wichtigen und interessanten Entdeckungen. Obwohl vor allem der Gedanke an die Landwirtschaft Lewin beschäftigte, fragte er sich, während er dem Hausherrn zuhörte, »was sitzt da in ihm drin?« »Und warum interessiert ihn die Teilung Polens?« »Warum?« Als Svejasky endete, fragte Lewin unwillkürlich, »ja, und?« Aber da war nichts. Da war nur interessant, dass sich nun zeigt. Svejasky erklärte aber nicht und hielt es auch nicht für nötig zu erklären, warum das für ihn interessant war.« »Ja, aber mich hat der verärgerte Gutsbesitzer sehr interessiert,« sagte Lewin seufzend. »Er ist klug und hat viel Wahres gesagt.« »Ach, hören Sie auf, insgeheim ein eingefleischter Verfechter der Leibeigenschaft, wie Sie alle.« »Deren Adelsmarschall Sie sind.« »Ja, nur marschiere ich mit Ihnen in eine andere Richtung.« Svejasky lachte. »Mich beschäftigt besonders das Folgende,« sagte Lewin. »Er hat Recht, dass es bei uns, das heißt, in rationellen Wirtschaftsbetrieben schlecht läuft, dass nur ein Wucherbetrieb läuft, wie der von diesem stillen Herrn, oder ein ganz einfacher. Er ist daran schuld.« »Natürlich wir selbst. Außerdem stimmt es ja nicht, dass es nicht läuft. Bei Vasilchikow läuft es. Ein Gestüt. Trotzdem, ich weiß nicht, was Sie verwundert. Das Volk steht in seiner materiellen und moralischen Entwicklung auf einer derart niederen Stufe, dass es offenbar allem zu wiederhandeln muss, was ihm fremd ist. In Europa gelingt rationelles Wirtschaften, weil das Volk gebildet ist. Folglich muss man auch bei uns das Volk bilden. Das ist alles. Aber wie bildet man das Volk? Um das Volk zu bilden, braucht es drei Dinge. Schulen, Schulen und nochmals Schulen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, das Volk stehe in seiner materiellen Entwicklung auf einer niederen Stufe. Was helfen da Schulen? Wissen Sie, Sie erinnern mich an den Witz, wie einem kranken Ratschläge erteilt werden? Probieren Sie doch mal ein Abführmittel. Hab ich, macht es schlimmer. Probieren Sie mal Blutegel. Hab ich, macht es schlimmer. Tja, dann können Sie nur noch zu Gott beten. Hab ich, macht es schlimmer. So auch wir beide. Ich sage Nationalökonomie, Sie sagen, macht es schlimmer. Ich sage Sozialismus, macht es schlimmer. Bildung, macht es schlimmer. Aber was helfen da Schulen? Wecken ihn ihm andere Bedürfnisse? Das genau habe ich noch nie begriffen, widersprach Lewin heftig. Auf welche Weise können Schulen dem Volk helfen, seine materielle Lage zu verbessern? Sie sagen, Schulen und Bildung wecken in ihm neue Bedürfnisse. Umso schlimmer, denn das Volk wird außerstande sein, sie zu befriedigen. Und auf welche Weise die Erkenntnis der Addition und Subtraktion und des Katechismus ihm helfen soll, seine materielle Lage zu verbessern, habe ich nie begreifen können. Vorgestern Abend bin ich einem Bauernweib mit Säuglingen begegnet. Ich frage, wohin sie geht. Sie sagt, bei der Hebamme war ich. Der Bub hat die Schreierei gekriegt. Ich war bei ihr, dass sie ihn heilt. Ich frage, wie die Hebamme die Schreierei heilt. Hat das Kindchen zu den Hühnern auf die Stange gesetzt und Sprüche gemurmelt? Zwiasky lächelte fröhlich. Na bitte, Sie sagen es selbst. Damit sie nicht wieder hingeht, die Schreierei auf der Hühnerstange zu behandeln, dafür braucht es. Aber nein, sagte Lewin ärgerlich, diese Behandlung ist für mich nur ein Gleichnis für die Behandlung des Volks mit Schulen. Das Volk ist arm und ungebildet. Das erkennen wir ebenso deutlich wie das Bauernweib die Schreierei, denn das Kind schreit. Aber warum gegen dieses Elend, gegen Armut und Unbildung Schulen helfen sollen, ist ebenso unbegreiflich, wie das gegen die Schreierei die Hühner auf der Stange helfen sollen. Man muss dem abhelfen, weshalb das Volk arm ist. Naja, darin zumindest stimmen sie mit Spencer überein, den sie doch gar nicht mögen. Er sagt ebenfalls, Bildung könne die Folge größeren Wohlstands und eines komfortableren Lebens sein. Häufigeren Waschens, wie er sagt. Aber nicht des Lesen und Rechnen Könnens. Na bitte, bin sehr froh. Oder im Gegenteil, gar nicht froh, dass ich mit Spencer übereinstimme. Bloß weiß ich das seit langem. Schulen helfen nicht. Was hilft, ist eine Wirtschaftsordnung, bei der das Volk reicher wird, mehr Freizeit haben wird, dann kommen auch die Schulen. Aber in ganz Europa sind Schulen jetzt Pflicht. Und sie selbst? Sind Sie denn hier mit Spencer einverstanden? fragte Lewin. In Swiaskis Augen blitzte aber wieder der Schrecken auf. Und er sagte lächelnd, also das mit der Schreierei ist hervorragend. Sie haben das wirklich selbst gehört? Lewin sah, dass er die Verbindung zwischen dem Leben dieses Menschen und seinen Gedanken nicht finden würde. Offenbar war ihm vollkommen gleichgültig, wohin seine Überlegungen führten. Sein Bedarf ging über den Denkprozess nicht hinaus. Und es war ihm unangenehm, wenn ihn der Denkprozess in eine Sackgasse führte. Das allein mochte er nicht und vermied er. Dann lenkte er das Gespräch auf etwas Angenehmes und Heiteres. Alle Eindrücke dieses Tages, angefangen von dem Bauern auf halbem Weg, der gleichsam für alle jüngsten Eindrücke und Gedanken die Grundlage abgab, hatten Lewin stark erregt. Dieser liebenswerte Swiaskis, der sich Gedanken hielt nur zum Gebrauch in der Gesellschaft und offenbar andere für Lewin nicht durchschaubare Lebensgrundlagen hatte, während er im Verein mit der Menge, deren Namen Legion ist, die öffentliche Meinung mittels ihm fremder Gedanken lenkte. Dieser verbitterte Gutsbesitzer, der vollkommen recht hatte mit seinen Überlegungen, ihm abgenötigt vom Leben, aber Unrecht in seiner Erbitterung gegen eine ganze Klasse, Russlands beste Klasse. Lewins eigenes Unbehagen an seiner Tätigkeit und die vage Hoffnung, einen Ausweg zu finden, all das verschmolz zu einem Gefühl innerer Unruhe und der Hoffnung auf eine baldige Lösung. In dem ihm überlassenen Zimmer lag Lewin auf einer Sprungfedermatratze, die bei jeder Bewegung Arme und Beine hochschnellen ließ und schlief lange nicht. Keines seiner Gespräche mit Swiaskis, obwohl dieser viel Kluges gesagt hatte, interessierte Lewin, aber die Argumente des Gutsbesitzers wollten überprüft sein. Lewin fiel unwillkürlich alles ein, was er gesagt hatte, und in seinem Sinn korrigierte er, was er ihm geantwortet hatte. Ja, ich hätte ihm sagen sollen, sie meinen, unsere Wirtschaft laufe deshalb nicht, weil der Bauer alle Neuerungen hasst und weil man sie gewaltsam einführen muss. Wenn die Wirtschaft überhaupt nicht liefe ohne diese Neuerungen, hätten sie recht, aber sie läuft. Und läuft nur da, wo der Arbeiter seinen Gewohnheiten entsprechend vorgeht, wie bei dem Alten auf halbem Weg. Unser gemeinsames Unbehagen mit dem Wirtschaften ihres und meines beweist, dass wir schuld sind oder die Arbeiter. Wir wälzen seit langem alles nach unserem Gusto um, nach europäischem Vorbild, ohne uns um die Eigenheiten der Arbeitskraft zu scheren. Versuchen wir doch einmal, die Arbeitskraft nicht als ideale Kraft anzusehen, sondern als den russischen Bauern mit seinen Instinkten und richten wir dementsprechend unsere Wirtschaft ein. Stellen Sie sich vor, hätte ich ihm sagen sollen, Ihre Wirtschaft würde geführt wie die des Alten. Sie hätten ein Mittel gefunden, um die Arbeiter am Erfolg der Arbeit zu interessieren und hätten auch bei den Neuerungen jene Mitte gefunden, die Sie akzeptieren. Dann würden Sie, ohne den Boden zu erschöpfen, doppelt und dreifach so viel Ertrag haben wie früher. Teilen Sie dann den Ertrag, geben Sie die Hälfte der Arbeitskraft. Was Ihnen bleibt, ist immer noch mehr. Und auch der Arbeitskraft fällt mehr zu. Um das zu erreichen, muss man das Niveau des Wirtschaftens senken und die Arbeiter am Erfolg interessieren. Wie das zu erreichen wäre, ist eine Detailfrage. Aber es ist zweifellos möglich. Dieser Gedanke versetzte Lewin in starke Erregung. Er schlief die halbe Nacht nicht, sondern durchdachte die Details, um den Gedanken in die Tat umzusetzen. Er hatte am nächsten Tag nicht abfahren wollen, nun aber beschloss er, frühmorgens nach Hause zu fahren. Außerdem hatte diese Schwägerin mit dem Ausschnitt am Kleid ein Gefühl in ihm hervorgerufen, so etwas wie Scham und Reue, als hätte er etwas Schlechtes getan. Vor allem musste er ohne Aufschub abreisen, um den Bauern das neue Projekt vorzuschlagen, bevor die Wintersaat ausgesät wurde, damit das Aussäen schon auf neuer Grundlage erfolgen konnte. Er hatte beschlossen, die bisherige Wirtschaft von Grund auf umzuwälzen. 29. Die Umsetzung von Lewins Plan bereitete viele Schwierigkeiten. Aber Lewin kämpfte nach Kräften und erreichte zwar nicht das, was er wollte, doch etwas, wovon er ohne Selbstbetrug glauben konnte, es sei die Mühe wert. Eine der Hauptschwierigkeiten war, dass seine Wirtschaft ja ein Gang war, das sich nicht alles anhalten und von vorne beginnen ließ, sondern eine laufende Maschine umzurüsten war. Als er noch am selben Abend, wie er nach Hause kam, dem Verwalter seine Pläne mitteilte, stimmte der Verwalter mit sichtlichem Vergnügen jenem Teil des Gesagten zu, der bewies, dass alles bisher Getane Unsinn sei und nicht einträglich. Der Verwalter meinte, das sage er seit langem, aber auf ihn wolle man ja nicht hören. Was das Angebot betraf, das Lewin ihm machte, nämlich als Teilhaber zusammen mit den Arbeitern am ganzen Wirtschaftsbetrieb beteiligt zu werden, dazu äußerte sich der Verwalter nur höchst verzagt und ganz ohne eine bestimmte Meinung. Vielmehr fing er sofort davon an, morgen müssten die restlichen Roggengarben eingefahren und müsste mit dem Überackern begonnen werden, sodass Lewin merkte, jetzt war nicht der rechte Moment. Wenn er bei den Bauern die Rede darauf brachte und ihnen Land zu neuen Bedingungen anbot, stieß er ebenfalls auf die Haupterschwernis, dass sie von der laufenden Tagesarbeit so beansprucht waren, dass sie keine Zeit hatten, um die Vor- und Nachteile des Unternehmens zu durchdenken. Der Viehknecht Ivan, ein naiver Kerl, schien Lewins Angebot mit seiner Familie an den Erträgen des Viehhofs beteiligt zu werden, durchaus begriffen zu haben und mit dem Unternehmen durchaus zu sympathisieren. Wenn Lewin ihm jedoch die künftigen Erträge auszumalen suchte, zeichnete sich auf Ivans Gesicht Unruhe ab und bedauern, dass er sich nicht alles anhören könne, und eilens fand er etwas, das er jetzt und ohne Aufschub erledigen musste. Er griff zur Heugabel, um noch Heue aus dem Pferdestand zu werfen, oder er goss Wasser nach oder räumte den Mist aus. Eine andere Schwierigkeit bestand in dem unbesiegbaren Misstrauen der Bauern, dass ein Gutsbesitzer ja gar kein anderes Ziel haben könne, als sie nach Strich und Faden auszublündern. Sie waren fest überzeugt, dass sein eigentliches Ziel, was er ihnen noch immer sagte, stets das sei, was er ihnen nicht sagte. Auch wenn sie selbst sich äußerten, redeten sie viel, sagten aber niemals, worin ihr eigentliches Ziel bestand. Außerdem verlangten die Bauern, und da merkte Lewin, dass der gallige Gutsbesitzer Recht hatte, als erste und unabänderliche Bedingung für eine wie auch immer geartete Abmachung, dass sie zu wie auch immer gearteten neuen Arbeitsweisen und zum Einsatz neuer Geräte nicht gezwungen würden. Sie gaben zu, dass der neue Pflug besser pflüge, dass der Grubber mehr leiste. Aber sie fanden tausende von Gründen, warum sie das eine wie das andere auf gar keinen Fall einsetzen könnten. Und obwohl Lewin überzeugt war, dass das Niveau des Wirtschaftens gesenkt werden müsse, verzichtete er ungern auf Neuerungen, deren Vorzug so augenfällig war. Trotz all dieser Schwierigkeiten erreichte er jedoch, was er wollte. Und auf den Herbst zu war alles in Gang, oder zumindest hatte er diesen Eindruck. Erst hatte Lewin vorgehabt, den gesamten Betrieb, so wie er war, zu den neuen genossenschaftlichen Bedingungen den Bauern, Arbeitern und dem Verwalter zu übergeben. Doch sehr bald sah er ein, dass dies unmöglich war und beschloss, den Betrieb aufzuteilen. Viehhof, Obst- und Gemüsegarten, Heuwiesen und Felder mussten, in mehrere Sektionen unterteilt, jeweils eigene Bereiche bilden. Der naive Viehknecht Ivan, der nach Lewins Eindruck das Ganze am besten begriffen hatte, suchte sich ein Artiel zusammen, vorwiegend aus Familienmitgliedern, und wurde Teilhaber am Viehhof. Das entlegene Feld, das schon acht Jahre brach lag und überwuchert war, wurde mithilfe des gescheiten Zimmermanns Fyodor Resunov von sechs Bauernfamilien auf der neuen Grundlage gemeinschaftlich übernommen, und der Bauer Shuraev übernahm zu eben solchen Bedingungen alle Gemüsegärten. Alles Übrige blieb beim Alten. Aber diese drei Bereiche waren der Beginn einer neuen Ordnung und beschäftigten Lewin gehörig. Allerdings lief es auf dem Viehhof vorerst nicht besser als zuvor, und Ivan leistete starken Widerstand gegen einen warmen Stall für die Kühe und gegen Süßrahmbutter, da er behauptete, Kühe brauchten in der Kälte weniger Futter und Sauerrahmbutter sei leichter gemacht. Außerdem verlangte er Lohn wie in der alten Zeit und interessierte sich überhaupt nicht dafür, dass das Geld, das er bekam, kein Lohn war, sondern ein Vorschuss auf seinen Gewinnanteil. Allerdings hatte Fyodor Resunovs Artiel zur Aussaat nicht, wie vereinbart, mit neuen Pflügen überackert. Was sie damit rechtfertigten, die Zeit sei zu kurz gewesen. Allerdings hatten die Bauer dieses Artiels zwar abgemacht, auf den neuen Grundlagen zu wirtschaften, nannten das Land aber nicht Gemeinschaftsfeld, sondern Halbpartfeld. Und immer wieder sagten die Bauern dieses Artiels, und sogar Resunov selbst, zu Lewin, würden sie Geld annehmen mögen für das Land, hätten sie selber ihre Ruhe und wir freie Hand. Außerdem zögerten diese Bauern den mit ihnen abgemachten Bau eines Viehhofs und einer Kornscheune auf diesem Grund unter verschiedenen Vorwänden immer weiter hinaus, schließlich bis in den Winter. Allerdings hatte Shuraev die übernommenen Gemüsegärten schon in winzigen Teilen an andere weitergeben wollen. Er hatte die Bedingungen, unter denen ihm der Boden überlassen wurde, anscheinend völlig missverstanden, wohl mit Absicht missverstanden. Allerdings hatte Lewin, wenn er sich mit den Bauern unterhielt und ihnen alle Vorzüge des Unternehmens erläuterte häufig das Gefühl, dass die Bauern dabei nur dem Singsang seiner Stimme lauschten, unter festen Ansicht waren, sie würden, was immer er sagte, sich nicht von ihm täuschen lassen. Besonders hatte er dieses Gefühl, wenn er mit dem Gescheitesten der Bauern sprach, Resunov, und in seinen Augen jenes Flackern bemerkte, das deutlich Spott über Lewin enthielt und die feste Überzeugung, wenn hier jemand getäuscht werde, dann bestimmt nicht er Resunov. Aber trotz alledem meinte Lewin, dass es vorwärts gehe. Und er, wenn er streng abrechnen und auf seiner Sicht beharren würde, ihnen in Zukunft die Vorzüge einer solchen Ordnung beweisen könnte. Und dann liefe es ganz von allein. Mitsamt der übrigen Wirtschaft, die Lewin weiterhin in der Hand hatte, und mitsamt der Schreibtischarbeit an seinem Buch beanspruchte ihn das Ganze den Sommer über dermaßen, dass er fast nicht zum Jagen kam. Ende August erfuhr er, dass die Oblonskis nach Moskau abgereist waren, und zwar von ihrem Diener, der den Sattel zurückbrachte. Er hatte das Gefühl, mit seiner Unhöflichkeit Darja Aleksandrovnas Brief nicht beantwortet zu haben, woran er nicht ohne Schamesröte zurückdenken konnte, habe er alle Brücken hinter sich abgebrochen und könne nie wieder zu ihnen zu Besuch kommen. Ebenso hatte er sich gegen Swijalski verhalten, als er abfuhr, ohne sich verabschiedet zu haben. Aber auch zu ihnen würde er nie wieder zu Besuch kommen. Jetzt war ihm das gleichgültig. In seinem Leben hatte ihn noch nie etwas so beschäftigt wie die neue Ordnung seiner Wirtschaft. Er las die Bücher, die ihm Swijalski gegeben hatte, bestellte andere, die er noch nicht hatte, las auch die nationalökonomischen und sozialistischen Bücher zu diesem Gegenstand, und wie erwartet fand er nichts, was zu seiner Unternehmung einen Bezug gehabt hätte. In den nationalökonomischen Büchern, bei Mill zum Beispiel, den er als ersten mit großem Eifer studierte, wobei er jeden Augenblick hoffte, auf eine Lösung der ihn bedrängenden Probleme zu treffen, fand er Gesetze, die aus der Situation der europäischen Wirtschaft abgeleitet waren. Aber er sah überhaupt nicht, wieso diese auf Russland nicht anwendbaren Gesetze allgemeingültig sein sollten. Ebenso erging es ihm mit den sozialistischen Büchern. Entweder es waren die wunderschönen, aber nicht umsetzbaren Fantasien, für die er sich noch als Student begeistert hatte, oder es waren Korrekturen, Reparaturen jenes Entwicklungsstands, auf dem Europa sich befand und der mit der Landwirtschaft in Russland überhaupt nichts gemein hatte. Die Nationalökonomie behauptete, dass die Gesetze, nach denen sich der Reichtum Europas entwickelt hatte und noch entwickelte, allgemeingültige, nicht anzweifelbare Gesetze sein. Die sozialistische Lehre behauptete, dass die Entwicklung nach diesen Gesetzen in den Untergang führe. Und weder die eine noch die andere gab eine Antwort, gab auch nicht den mindesten Hinweis, was er, Lewin und alle russischen Bauern und Landbesitzer machen sollten mit ihren Millionen Händen und Desjartinen, um so produktiv wie möglich zu sein fürs allgemeine Wohl. Einmal daran gegangen, las er gewissenhaft alles, was sich auf seinen Gegenstand bezog, und hegte die Absicht, im Herbst ins Ausland zu reisen, um die Sache noch an Ort und Stelle zu studieren, damit ihm bei diesem Problem nicht erneut unterlaufe, was ihm bei verschiedenen Problemen schon so oft unterlaufen war. Er brauchte nur den Gedanken seines Gesprächspartners verstanden zu haben und seinen eigenen ausführen zu wollen, da bekam er zu hören, und Kaufmann? Und Jones? Und Dubois? Und Micelli? Die haben sie nicht gelesen. Lesen Sie die, die haben das Problem behandelt. Er sah nun klar, dass Kaufmann und Micelli ihm nichts zu sagen hatten. Er wusste, was er wollte. Er sah, dass Russland vorzügliches Ackerland und vorzügliche Arbeitskräfte hatte, und dass in einigen Fällen, wie beim Bauern auf halbem Weg, Arbeitskräfte und Ackerboden viel produzierten, in den meisten Fällen jedoch, wenn auf europäische Weise Kapital aufgewandt wurde, wenig produzierten. Dass dies nur deshalb so war, weil die Arbeiter einzig auf die vertraute Weise arbeiten wollten und nur dann auch gut arbeiteten. Und dass dies kein zufälliger, sondern ein beständiger Widerstand war, der im Geist des Volkes begründet lag. Er dachte, dass das russische Volk, dazu berufen, riesige ungenutzte Weiten zu besiedeln und zu beackern, bis zu der Zeit, da alles Land genutzt wäre, bewusst die dazu geeigneten Arbeitsweisen anwandte, und dass diese Arbeitsweisen keineswegs so schlecht waren, wie man gewöhnlich meinte. Und dies wollte er beweisen, theoretisch in seinem Buch und praktisch in seinem Gutsbetrieb. 30. Ende September war das Holz für den Bau des Viehhofs auf dem Genossenschaftsgrund antransportiert, war die Butter verkauft und der Gewinn geteilt. In der Praxis des Betriebs lief alles hervorragend, oder zumindest hatte Lewin diesen Eindruck. Um das Ganze auch theoretisch darzulegen und die Abhandlung zu vollenden, die gemäß seinen Wunschträumen nicht nur einen Umsturz in der Nationalökonomie bewirken, sondern diese Wissenschaft am Boden zerstören und eine neue begründen sollte, eine Wissenschaft über das Verhältnis des Volkes zum Boden, musste Lewin nur noch ins Ausland reisen und an Ort und Stelle alles studieren, was dort in dieser Hinsicht erfolgt war, und überzeugende Beweise finden, dass alles, was dort erfolgt war, nicht das war, was benötigt wurde. Lewin wartete nur noch die Weizenlieferung ab, um Geld zu bekommen und ins Ausland reisen zu können. Aber da setzte der Regen ein, sodass das letzte Korn nicht eingefahren und die Kartoffeln nicht rausgeholt werden konnten und alle Arbeiten stockten, sogar die Lieferung des Weizens. Die Wege waren ein undurchdringlicher Morast. Zwei Mühlen wurden vom Hochwasser fortgeschwemmt, und das Wetter wurde schlechter und schlechter. Am 30. September zeigte sich morgens die Sonne, und in der Hoffnung auf besseres Wetter ging Lewin entschlossen an die Reisevorbereitungen. Er ließ Weizen aufschütten, schickte den Verwalter zum Händler, um Geld holen zu lassen, und unternahm selbst einen Ritt über das Gut, um vor der Abreise die letzten Anordnungen zu treffen. Tatsächlich alle Aufgaben ledig, kehrte Lewin gegen Abend nach Hause zurück, durchnässt von den Bächen, die ihm vom Ledermantel in den Nacken oder in die Stiefelschäfte geronnen waren, doch in äußerst munterer und aufgekratzter Gemütsverfassung. Das Unwetter hatte sich gegen Abend noch verschlimmert. Die Graupeln peitschten das triefnasse, mit Ohren und Kopf schlackernde Pferd so schmerzhaft, dass es schräg ging. Lewin aber fühlte sich wohl unter der Kapuze. Er blickte vergnügt um sich, mal auf die trüben Bäche, die durch die Radspuren flossen, mal auf die an jedem kahlen Zweig hängenden Tropfen, mal auf den weißen Fleck nicht geschmolzener Graupeln auf den Brückenbohlen, mal auf das saftige, noch kräftige Laub einer Ulme, das in dichter Schicht um den entkleideten Baum lag. Trotz der Düsternis in der Natur ringsum fühlte er sich besonders aufgekratzt. Die Gespräche mit den Bauern in einem entlegenen Dorf hatten gezeigt, dass sie sich allmählich an das neue Verhältnis gewöhnten. Der alte Herbergswirt, bei dem er eingekehrt war, um sich zu trocknen, hatte offenbar Lewins Plan gebilligt und von sich aus vorgeschlagen, der Genossenschaft als Viehankäufer beizutreten. »Wenn ich nur hartnäckig mein Ziel verfolge, erreiche ich es auch«, dachte Lewin, »und dafür zu leben und sich zu mühen«, lohnt allemal. Das Ganze ist nicht mein Privatvergnügen, es geht um das Wohl der Allgemeinheit. Die gesamte Wirtschaft, vor allem die Situation des gesamten Volkes, muss sich völlig verändern. Statt Armut, allgemeiner Reichtum und Wohlfahrt, statt Feindschaft, Eintracht und Verbund der Interessen. Kurzum, eine Revolution ohne Blut, doch eine grandiose Revolution, erst im kleinen Bereich unseres Landkreises, danach im Gouvernement, in Russland, in der ganzen Welt. Denn ein richtiger Gedanke muss einfach fruchtbar sein. Ja, das ist ein Ziel, das die Arbeit wert ist. Und dass ich es bin, Kostja Lewin, derselbe, der mit einer schwarzen Halsbinde zum Ball kam und von Scherbatzka ja abgewiesen wurde und der sich selbst so jämmerlich und nichtswürdig vorkommt, das beweist gar nichts. Ich bin mir sicher, dass Franklin sich ebenso nichtswürdig gefühlt und sich ebenso wenig zugetraut hat, wenn er über sich nachdachte. Das bedeutet gar nichts. Bestimmt hatte auch er seine Agafia Mikhailovna, der seine Pläne anvertraute. Unter solchen Gedanken kam Lewin erst bei Dunkelheit zu Hause an. Der Verwalter, der zum Händler gefahren war, war zurück und hatte einen Teil des Geldes für den Weizen mitgebracht. Die Vereinbarung mit dem Herbergswirt wurde abgesprochen und unterwegs hatte der Verwalter erfahren, dass noch überall das Korn auf den Feldern stand, so dass die eigenen, noch nicht eingefahrenen 160 Hocken nichts waren im Vergleich zu dem, wie es bei anderen aussah. Nach dem Essen setzte sich Lewin wie gewöhnlich mit einem Buch in den Sessel. Und beim Lesen dachte er weiter über seine bevorstehende Reise in Verbindung mit seinem Buch nach. Heute war ihm die Bedeutung seiner Pläne besonders klar vor Augen geführt worden. Und wie von allein bildeten sich in seinem Kopf ganze Satzfolgen, die den Kern seiner Gedanken zum Ausdruck brachten. Das muss ich mir notieren, dachte er. Das sollte die kurze Einführung werden, die ich zuvor für unnötig gehalten habe. Er stand auf, um zum Schreibtisch zu gehen, und Lasker, die zu seinen Füßen lag, reckte sich und stand ebenfalls auf und blickte ihnen wie fragend an, wohin es gehe. Doch zum Notieren kam er nicht, denn die Arbeitsführer trafen ein wegen der Aufträge, und Lewin ging zu ihnen in die Diele. Nachdem er die Aufträge ausgegeben, also die Arbeiten für den nächsten Tag angeordnet, und mit allen Bauern, die etwas von ihm wollten, gesprochen hatte, ging Lewin ins Arbeitszimmer und machte sich ans Werk. Lasker legte sich unter den Schreibtisch. Agafja Mikhailovna setzte sich mit dem Strickstrumpf an ihren Platz. Als Lewin eine Zeit lang geschrieben hatte, stand ihm plötzlich ungewöhnlich lebhaft Kitty vor Augen, ihre Abfuhr und die letzte Begegnung. Er erhob sich und wanderte durchs Zimmer. »Kein Grund, Trübsal zu blasen,« sagte Agafja Mikhailovna. »Was sitzt ihr auch daheim, statt dass ihr in ein warmes Bad fahrt? Zum Glück wollt ihr ja los.« »Ich fahre sowieso übermorgen, Agafja Mikhailovna. Ich muss die Sache abschließen.« »Was denn noch? Als hättet ihr die Bauern nicht genug beschenkt. Sowieso, sagen sie, eurem Herrn wird es noch vom Zaren vergolten werden. Ist doch komisch. Was müsst ihr euch so um die Bauern sorgen?« »Ich sorge mich nicht um sie, ich mache es meinetwegen.« Agafja Mikhailovna kannte Lewins Wirtschaftspläne in allen Einzelheiten. Lewin legte ihr seine Gedanken oft bis in die Feinheiten dar, stritt manchmal mit ihr und war mit ihren Erklärungen nicht einverstanden. Jetzt aber verstand sie, was er gesagt hatte, ganz anders. »An seine Seele soll man bekanntlich am allermeisten denken,« sagte sie mit einem Seufzer. »Der Parfion de Nisic. Lesen und Schreiben hat er ja nicht können, aber wie der gestorben ist.« »Der Herrgott gibt's einem jeden,« sagte sie über den kürzlich verstorbenen Hofknecht. »Mit Abendmahl, mit letzter Ölung.« »Nicht das meine ich,« sagte Lewin, »sondern, dass ich es meines Vorteils wegen mache. Es ist vorteilhafter für mich, wenn die Bauern besser arbeiten. Ach, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ist einer ein Faulpelz, wird er immer alles mehr schlecht als recht machen. Hat einer ein Gewissen, wird er arbeiten. Hat er keins, kann man nichts machen.« Schon aber sie haben ja selbst gesagt, Ivan passe besser aufs Vieh auf. »Ich sag nur eins«, gab Agafja Mikhailovna zurück, offenbar nicht zufällig, sondern infolge eines streng logischen Gedankengangs. »Ihr solltet heiraten, das ist es.« Dass Agafja Mikhailovna erwähnte, woran er gerade erst gedacht hatte, verstimmte und verletzte ihn. Lewin runzelte die Stirn. Und ohne ihr zu antworten, setzte er sich wieder an seine Arbeit, hielt sich zuerst aber noch einmal alles vor Augen, was er über deren Bedeutung dachte. Nur hier und da lauschte er in der Stille auf Agafja Mikhailovnas Nadelgeklappe. Und wenn ihm wieder einfiel, woran er nicht denken mochte, runzelte er erneut die Stirn. Um neun Uhr war ein Glöckchen zu hören und das dumpfe Gerüttel eines Kutschkastens durch den Morast. »Ah, da kommt Besuch, aus ist's mit Trübsalblasen«, sagte Agafja Mikhailovna, stand auf und begab sich zur Tür. Aber Lewin überholte sie. Die Arbeit ging ihm jetzt nicht von der Hand und er war froh über jeden Gast, wer es auch sein mochte. 31. Als Lewin die Treppe halb hinabgelaufen war, hörte er aus der Diele ein vertrautes Gehüstel. Aber wegen des Geräuschs seiner eigenen Schritte hörte er es undeutlich und hoffte, dass er sich irrte. Dann erblickte er die ganze lange, knochige, vertraute Gestalt. Nun konnte er sich eigentlich nicht mehr täuschen, trotzdem hoffte er noch, dass er sich irrte, und dieser lange Mensch, der den Pelz abnahm und sich frei hustete, sei nicht Bruder Nikolai. Lewin liebte seinen Bruder. Aber mit ihm zusammen zu sein, war stets eine Qual. Nun, da Lewin, unterm Einfluß des Gedankens, der ihm gerade gekommen war, und Agafja Mikhailovnas Mahnung sich in einem unklaren, verworrenen Gemütszustand befand, kam ihm das bevorstehende Wiedersehen mit dem Bruder besonders belastend vor. Statt eines vergnügten, gesunden, fremden Gastes, der, so hatte er gehofft, ihn ablenken würde von seiner inneren Wirrnis, musste er seinen Bruder empfangen. Der ihn kannte durch und durch, der seine intimsten Gedanken hervorlocken und ihn veranlassen würde, alles auszusprechen. Und das wollte er nicht. Verärgert über sich selbst wegen dieses hässlichen Gefühls, lief Lewin in die Diele. Sobald er den Bruder aus der Nähe sah, war seine persönliche Enttäuschung schon verflogen. An ihre Stelle trat Mitgefühl. Auch früher schon hatte Bruder Nikolai aufgrund seiner Hagerkeit und Kränklichkeit grauenhaft ausgesehen. Nun aber war er noch hagerer, noch entkräfteter. Ein Skelett, bedeckt mit Haut. Er stand in der Diele, ruckte den langen, hageren Hals und riß den Schal herunter. Dabei lächelte er seltsam kläglich. Als Lewin dieses Lächeln erblickte, ein demütiges, unterwürfiges Lächeln, fühlte er, wie ihm etwas krampfhaft die Kehle zuschnürte. »Da komme ich dich also besuchen«, sagte Nikolai mit dumpfer Stimme, ohne einen Moment die Augen vom Gesicht des Bruders zu wenden. »Ich wollte es ja längst. War aber ständig unpässlich.« »Jetzt aber bin ich wieder gut beisammen«, sagte er. Dabei wischte er sich mit den großen, hageren Händen den Bart trocken. »Ja, ja«, erwiderte Lewin. Und ihm graute noch mehr, als seine Lippen beim Küssen spürten, wie trocken der Körper des Bruders war und er seine großen, sonderbar leuchtenden Augen aus der Nähe sah. Einige Wochen zuvor hatte Lewin seinem Bruder geschrieben, »Nach dem Verkauf jenes kleinen Erbteils, das noch ungeteilt im Haus geblieben war, habe der Bruder jetzt seinen Anteil zu erhalten, rund 2000 Rubel. Nikolai sagte, er sei jetzt hergereist, um dieses Geld zu erhalten, und vor allem, um in seinem heimischen Nest zu verweilen, den Boden zu berühren und wie die Recken im Märchen Kraft zu schöpfen für seine bevorstehende Tätigkeit. Trotz seines noch krummeren Rückens, trotz der bei seiner Größe erstaunlichen Hagerkeit waren seine Bewegungen rasch und ruckhaft, wie sonst auch. Lewin brachte ihn in sein Zimmer. Der Bruder kleidete sich besonders sorgfältig um, was früher nie der Fall gewesen war, kämmte seine spärlichen, glatten Haare und ging lächelnd in den oberen Stock. Er war freundlichster und heiterster Stimmung, wie er in Lewins Erinnerung als Kind oft gewesen war. Er erwähnte sogar Sergej Ivanovic ohne Groll. Als er Agafja Mikhailovna erblickte, scherzte er mit ihr und fragte sie nach alten Dienstboten aus. Die Nachricht vom Tod Parfion den Nisitschs berührte ihn unangenehm. Auf seinem Gesicht malte sich Schrecken, doch gleich hatte er sich wieder gefasst. Er war auch schon alt, sagte er und wechselte das Thema. Ja, nun bleibe ich einen Monat oder zwei bei dir, dann geht es nach Moskau. Weißt du, Mirkov hat mir eine Stelle versprochen. Ich trete in Dienst. Jetzt werde ich mein Leben ganz anders einrichten, fuhr er fort. Weißt du, ich habe diese Frau fortgeschickt. Marja Nikolaevna? Wie das, weshalb? Ach, sie ist eine garstige Frau. Hat mir einen Haufen Unannehmlichkeiten bereitet. Aber er erzählte nicht, was das für Unannehmlichkeiten waren. Er konnte nicht sagen, dass er Marja Nikolaevna davon gejagt hatte, weil ihr Tee zu dünn war, vor allem aber, weil sie ihn umsorgt hatte wie einen Kranken. Überhaupt möchte ich jetzt mein Leben völlig ändern. Selbstverständlich habe ich Dummheiten gemacht wie alle, wobei das Vermögen am unwichtigsten ist. Ihm trauere ich nicht nach. Wenn ich nur gesund bin. Und gesundheitlich bin ich, Gott sei Dank, wieder gut beisammen. Lewin hörte zu und dachte nach und konnte sich doch nicht ausdenken, was er sagen sollte. Wahrscheinlich empfand Nikolai das Gleiche. Er fragte nun den Bruder nach seiner Tätigkeit aus, und Lewin war froh, von sich sprechen zu können, denn so konnte er ohne Verstellung sprechen. Er berichtete dem Bruder von seinen Plänen und Unternehmungen. Der Bruder hörte zu, interessierte sich aber offenbar nicht dafür. Diese beiden Menschen waren einander so nah und vertraut, dass die kleinste Bewegung, der Ton der Stimme beiden mehr verriet, als man mit Worten sagen kann. Jetzt hatten beide nur einen Gedanken. Nikolais Krankheit und die Nähe seines Todes. Und das erdrückte alles andere. Doch keiner der beiden wagte davon zu sprechen. Darum brachte alles, was sie auch sagten, nicht zum Ausdruck, was sie bewegte. Alles war Lüge. Noch nie war Lewin so froh gewesen, dass sein Abend zu Ende war und die Schlafenszeit kam. Noch nie war er, auch nicht mit Fremden, auch nicht bei offiziellen Visiten, so unnatürlich und unaufrichtig gewesen wie an diesem Abend. Und das Bewusstsein dieser Unnatürlichkeit und die Reue darüber ließ ihn noch unnatürlicher werden. Er hätte am liebsten geweint über seinen geliebten, sterbenden Bruder. Dabei musste er zuhören und zu dem Gespräch beitragen, wie er leben würde. Da es im Haus feucht war und nur ein Zimmer geheizt, ließ Lewin den Bruder in seinem Schlafzimmer schlafen, hinter einem Paravon. Der Bruder ging zu Bett und, ob er nun schlief oder nicht, jedenfalls wälzte er sich im Bett wie ein Kranker, hustete. Und wenn er sich nicht frei husten konnte, schimpfte er vor sich hin. Manchmal, wenn der Atem schwer ging, sagte er, oh mein Gott. Manchmal, wenn der Schleim ihm die Luft nahm, stieß er verärgert hervor, ah, Teufel nochmal. Lewin schlief lange nicht, horchte auf ihn. Ihm kamen die vielfältigsten Gedanken, aber das Ende aller Gedanken war stets der Tod. Der Tod, das unvermeidliche Ende von allem, stand erstmals mit unwiderstehlicher Macht vor ihm. Und dieser Tod, hier neben ihm in dem geliebten Bruder, der im Halbschlaf stöhnte und seiner Gewohnheit nach bald Gott, bald den Teufel anrief, ganz gleich wen, war gar nicht so fern, wie ihm das früher vorgekommen war. Er war auch in ihm, das fühlte er. Nicht heute so morgen, nicht morgen so in dreißig Jahren, blieb sich das nicht gleich. Aber was das war, dieser unvermeidliche Tod, wusste er nicht. Nicht einmal nachgedacht hatte er je darüber. Vielmehr verstand er nicht daran zu denken und wagte es nicht. Ich arbeite, ich möchte etwas schaffen, dabei habe ich vergessen, dass alles ein Ende hat, dass es den Tod gibt. Er saß im Dunkeln auf dem Bett, zusammengekauert und die Arme um die Knie geschlungen, und mit angehaltenem Atem vor gedanklicher Anspannung dachte er nach. Je mehr er aber das Denken anspannte, desto klarer wurde ihm, dass dem zweifellos so war, dass er es wirklich vergessen, im Leben einen kleinen Umstand übersehen hatte, dass der Tod käme und alles zu Ende wäre, dass es gar nicht lohnte, etwas anzufangen und dass dem nicht abzuhelfen wäre. Ja, es war furchtbar, doch so war es. Aber noch liebe ich er. Was soll ich jetzt nur tun? Was tun? fragte er sich verzweifelt. Er zündete eine Kerze an und stand vorsichtig auf, ging zum Spiegel und beschaute sein Gesicht und die Haare. Ja, an den Schläfen gab es graue Haare. Er sperrte den Mund auf. Die Backenzähne wurden allmählich schlecht. Er entblößte seine muskulösen Arme. Ja, Kraft hatte er viel. Aber Nikolai, der dort mit dem Rest seiner Lunge atmete, hatte auch einen gesunden Körper gehabt. Und plötzlich fiel ihm ein, wie sie als Kinder gemeinsam schlafen gegangen waren und nur darauf gewartet hatten, dass Fyodor Bagdanić die Tür hinter sich zumachte, um sich mit Kissen zu bewerfen und laut zu lachen. Unbändig zu lachen, sodass sogar die Furcht vor Fyodor Bagdanić dieses überschwappende, schäumende Lebensglück nicht aufhalten konnte. Und jetzt diese eingefallene, hohle Brust. Und ich, der ich nicht weiß, wozu alles und was aus mir wird. »Krö, krö, krö, teufel nochmal! Was hantierst du herum, was schläfst du nicht?« rief die Stimme des Bruders. »Nur so, ich weiß nicht, Schlaflosigkeit. Und ich habe gut geschlafen. Nicht einmal verschwitzt bin ich. Schau mal, fühl am Hemd. Nicht verschwitzt?« Livin befühlte es, ging wieder hinter den Paravent und löschte die Kerze, schlief aber noch lange nicht. Nun hatte sich ihm gerade ein wenig geklärt, wie er leben sollte. Da stand er schon vor einer neuen, unlösbaren Frage, dem Tod. »Ja, er stirbt.« »Ja, bis zum Frühjahr ist er tot, ja. Wie helfe ich ihm nur? Was kann ich ihm sagen? Was weiß ich darüber?« »Ich habe ja sogar vergessen, dass es das gibt.« Levin war es vor Langem schon aufgefallen, dass Menschen, aufgrund deren übermäßiger Nachgiebigkeit und Unterwürfigkeit man sich beklommen fühlt, einem aufgrund übermäßiger Ansprüche und Kritteleien sehr bald unerträglich werden. Er spürte, das würde auch mit seinem Bruder geschehen. Tatsächlich hielt Bruder Nikolais Sanftmut nicht lange vor. Schon ab dem nächsten Morgen war er gereizt und bekrittelte den Bruder eifrig, berührte dabei die wundesten Punkte. Livin fühlte sich schuldig und konnte doch nichts ausrichten. Er spürte, wenn sie sich beide nicht verstellten, sondern offenherzig sprächen, also nur sagten, was sie wirklich dachten und fühlten, so könnten sie einander nur in die Augen schauen und Konstantin würde nur sagen, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Und Nikolai würde nur antworten, ich weiß, dass ich sterbe, doch ich habe Angst, Angst, Angst. Und mehr könnten sie nicht sagen, wenn sie denn offenherzig sprechen. Aber so konnte man nun mal nicht leben und deshalb versuchte Konstantin das zu tun, was er sein Leben lang versucht und nicht fertiggebracht hatte und was seiner Beobachtung nach viele so gut fertigbrachten, ohne dass man gar nicht leben konnte. Er versuchte nicht zu sagen, was er dachte und spürte andauernd, dass es unaufrichtig klang, dass sein Bruder ihn dabei ertappte und darum gereizt war. Am übernächsten Tag veranlasste Nikolai den Bruder, ihm erneut seinen Plan zu schildern. Diesmal jedoch verurteilte er ihn. Und nicht nur das, er vermengte ihn auch absichtlich mit dem Kommunismus. Du hast bloß einen fremden Gedanken aufgegriffen, ihn aber verunstaltet und willst ihn auf etwas anwenden, worauf er nicht anwendbar ist. Ich sage dir doch, es gibt da keine Gemeinsamkeiten. Diese Leute bestreiten die Berechtigung von Eigentum, Kapital und Vererbbarkeit, während ich das nicht negiere, dieses wichtige Stimulants. Es war Lewin selbst zuwider, dass er solche Wörter gebrauchte. Aber je mehr er aufging in seinem Werk, desto häufiger gebrauchte er unwillkürlich nicht-russische Wörter. Ich will bloß die Arbeit regulieren. Das ist es ja. Du hast einen fremden Gedanken aufgegriffen, alles abgeschnitten, was seine Stärke ausmacht, und möchtest einen nun glauben machen, dass er etwas Neues, sagte Nikolai und ruckte ärgerlich in seiner Halsbinde. Aber mein Gedanke hat doch gar nichts gemein mit. Dort, sagte Nikolai Lewin mit boshaften Augen funkeln und ironischem Lächeln, dort herrscht wenigstens noch, wie soll ich sagen, betörende geometrische Klarheit und Unanfechtbarkeit. Vielleicht ist es eine Utopie, aber nehmen wir einmal an, es ließe sich mit aller Vergangenheit tabula rasa machen. Es gäbe kein Eigentum, keine Familie, dann ließe sich auch die Arbeit regulieren. Aber davon ist bei dir nichts. Weshalb vermengst du das? Ich bin nie Kommunist gewesen. Ich jedoch war es und finde, dass es zwar verfrüht ist, aber vernünftig und eine Zukunft hat, wie das Christentum in den ersten Jahrhunderten. Ich bin lediglich der Ansicht, dass man die Arbeitskraft von naturforscherischem Gesichtspunkt betrachten müsse. Das heißt, sie erforschen, ihre Eigenheiten anerkennen und das ist doch vollkommen überflüssig. Diese Kraft findet, je nach ihrer Entwicklungsstufe, von allein eine bestimmte Tätigkeitsform. Es gab überall Sklaven. Dein Metaillier. Auch bei uns gibt es Arbeit. Halbpart gibt es Pacht, gibt es Knechtsarbeit. Also was suchst du? Lewin geriet bei diesen Worten auf einmal in Hitze, weil er auf dem Grunde seines Herzens befürchtete, es sei wahr. Wahr sei, dass er zwischen dem Kommunismus und bestimmten Formen die Balance halten wolle und dass dies wohl kaum möglich sei. Ich suche Mittel, um produktiv zu arbeiten. Für mich wie für den Arbeiter, entgegnete er hitzig. Organisieren möchte ich gar nichts. Möchtest du organisieren? Du möchtest bloß, wie du dein Leben lang gelebt hast, originell sein. Möchtest zeigen, dass du die Bauern nicht einfach ausbeutest, sondern mit einer Idee. Tja, wenn du so denkst. Lass mich in Ruhe, entgegnete Lewin. Er spürte, wie der Muskel an seiner linken Wange unaufhaltsam zuckte. Du hast keine Überzeugungen. Hattest sie nie. Wenn du nur deinen Ehrgeiz stillen kannst. Ja, wunderbar. Lass mich in Ruhe. Lass ich dich auch. Ist längst an der Zeit. Scher dich zum Teufel. Ich bedauere zutiefst, dass ich hergekommen bin. So sehr Lewin sich später auch bemühte, den Bruder zu beruhigen, Nikolai wollte nichts hören, sagte, sie gingen viel besser auseinander. Und Konstantin sah ein, dass dem Bruder einfach das Leben unerträglich geworden war. Nikolai war schon im Aufbruch begriffen, als Konstantin erneut zu ihm ging und ihn unnatürlich um Entschuldigung bat, falls er ihn irgendwie verletzt haben sollte. Oh, wie großmütig, sagte Nikolai und lächelte. Wenn du Recht haben möchtest, kann ich dir dieses Vergnügen verschaffen. Du hast Recht. Doch ich fahre trotzdem. Erst unmittelbar vor der Abfahrt küßte ihn Nikolai und sagte auf einmal mit seltsam ernsten Blick auf den Bruder. Trotzdem behalte mich in guter Erinnerung, Kostja. Und seine Stimme zitterte. Das waren die einzigen Worte, die aufrichtig waren. Lewin begriff, dass darunter zu verstehen war, du siehst und weißt, dass es schlecht um mich steht. Und vielleicht sehen wir uns nicht wieder. Lewin begriff es und ihm schossen Tränen in die Augen. Er küßte den Bruder noch einmal, konnte ihm aber nichts sagen und wusste auch nicht was. Drei Tage nach der Abreise des Bruders fuhr Lewin ins Ausland. Als er in der Eisenbahn Scherbatzky traf Kittys Cousin, verblüffte Lewin ihn sehr durch seinen Trübsinn. Was hast du? fragte ihn Scherbatzky. Ach nichts. Es gibt wenig Vergnügliches auf der Welt. Wieso wenig? Fahren wir zusammen nach Paris statt in irgend so einen Mühlhausen. Da siehst du, wie vergnüglich es ist. Nein, ich bin am Ende. Zeit, dass ich sterbe. Das ist aber ein Ding. Scherbatzky lachte. Ich bin gerade erst so weit, dass ich anfange. Ach, so habe ich auch vor kurzem noch gedacht. Aber jetzt weiß ich, dass ich bald sterbe. Lewin sagte, was er wahrhaft dachte in dieser letzten Zeit. Er sah in allem nur den Tod oder sein Näherrücken. Umso mehr beschäftigte ihn jedoch die begonnene Unternehmung. Irgendwie musste er ja sein Leben weiterleben, solange der Tod noch nicht kam. Für ihn war nun alles bedeckt von Dunkelheit. Aber gerade infolge dieser Dunkelheit spürte er, dass der einzige Leitfaden in dieser Dunkelheit seine Unternehmung war. Und daran klammerte er sich nun aus letzter Kraft und hielt sich fest.